moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draus wieder eingeschaltet dass und ja heute geht es weiter mit der file reihe und zwar habe ich ja gesagt dass noch ein deutsches tag und nacht zyklus script kommen wird und heute ist es dann auch soweit und wenn wir mal gucken steht die sonne jetzt fast mittig ja das heißt es ist fast mittag wir haben es jetzt 10 uhr und so ab 18 uhr wird das auch hier dann auch langsam und sicher dunkel ja kann ich jetzt schlecht präsentieren weil zeit komplett deutsche zeit ist dann also europäische zeit eher gesagt und ja das passt sich halt das ganz gut an gut ja ich würde sagen wir kommen auch direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung einfach runterladen und einmal auspacken aus der zip und dann haben wir diesen ordner hier und hier kopieren wir uns wieder den ordner namen einfach aus und gehen dann auch anschließend in unseren resource ordner und hier ziehen wir das ganze nur noch einfach rein ja ich habe das hier auch schon gemacht und nun gehen wir zurück und gehen in die server cfg und dann müssen wir das ganze auch noch mal starten so das heißt hier einfach so in search leerzeichen und dann den kopierten ordner namen hier eintragen speichern und server neu starten mehr müsst ihr nicht machen gut leute falls euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und tschau 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 tschau